Mit dem Flash. Mit Centos. Also, als Luffy. Als Luffy, ja. Wir haben eine neue Map gemacht, weil beim letzten Mal habt ihr mitbekommen, dass er gestorben ist und ich schon von den Küttern verfolgt wurde. Als ich wieder connected bin, sind die mir weiter hinterher gerannt und so bin ich verreckt. Aber warum? Dann haben wir gleich eine neue Map gemacht. Ja, ist... Hier ist ein anderer Stein. Ein anderer Stein? Wo? Hier hinten. Ne, ne. Also, die gibt's schon länger. Ja? Die bringen... Die bringen nur mehr Stein. Hab' ich noch nie gesehen, du Arsch. Äh, okay. Die Modsachen sind schon aktiv. Ja, sind sie auch. Ein paar mehr Mods jetzt drin. Wir haben uns so ein Haus, haben wir... Dann haben wir mehr Stackable. Ah, jetzt hast du einen Hut. Okay. Ja, hab' ich grad gesehen, dass ich den da unten in einem Inventar... Okay. Dann haben wir noch, äh, falls hier... Wir vergessen diese Dinge rausrufen, die Stumpfe. Dass das für uns der Mod macht. Was haben wir denn noch? Heißt das nicht die Mod? Ne, der Mod. Ne, eigentlich heißt das so die Mod. Die Mods. Der Mod. Die Modification. Du Haffel. Maul. Deutschpastik hat keine Ahnung. Deutschpastik hat's Maul. Deutschpastik hat's Maul. Deutschpastik, du hast keine Ahnung. Du Spacken, hast keine Ahnung. Komm, sammeln nicht die Blumen ein. Die brauchen wir noch für später, weil wir wieder nix haben. Schauen wir mal, wo's denn. Ich muss ja auch wechseln. Okay. Oh, wir brauchen... Wir brauchen so ein Werkzeug, dass wir das machen können. Torf. Ja. V ist Torf. Schau ich mal. Aber guck dir mal die Nacht diesmal an. Und kein Sonnenuntergang. Äh. Oh, oh, weißt du, dass ich vielleicht aktiviert hab? Was? Ne, ich hab Custom 1 genommen. Bin ich behindert? Keine Ahnung. Custom 1 ist bei uns ins Anfangsgebiet mehr Spawn. Mhm. Große Welt. Okay. Und ähm... Sonst gar nix. Okay. Und Custom 2 ist meine. Aber die hab ich nicht aktiviert. Ja, vielleicht... Du machst noch Scheiß wieder, wie immer. Ja. Das werden wir jetzt sehen, wenn wir keinen... Bei den nächsten zwei Tagen. Wir haben ein Startgebiet Sommer. Hm? Und langer Sommer haben wir. Weil es, glaub ich, noch keinen Frühling gibt hier. Wenn ich noch... Nicht Startgebiet als Frühling. Wenn du Frühling hast, dann hast du es... Das ist ein bisschen einfacher. Okay. Was hast du denn für Steine? Die kenn ich noch gar nicht. Ja, die geben mehr... Mehr raus. Ah, guck. Jetzt fängt schon der Mat an, dass er wieder die Pflanzen setzt. Wie die Pflanzen setzt? Also die... Die Setzlinge. Okay. In sich selbst. Oh, ich hab aus dem Bild einmal rausgeklickt. Windows-Modus-Modus voll ausgelegt. Der... Dies Arsch. Dass du ein Arsch bist, dass du es mir... So, den Hunger hebe ich mal auf für's... Oh, diese scheiß Evil Bloom, ey. Mhm. Die sind... Bisschen nervig. Stein. Steinmaschinen haben wir jetzt auch, ne? Okay, hast du grad gemacht. Die wollte ich nämlich grad auch machen. Hab ich schon. Okay, dann kann ich mich mal um das... Schaufel. Ich brauch... Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja. Das hat sich eben echt so angehört, ob hier irgendwie Köter mit einmal waren. Ne, die kommen später. Aber das hat sich so angehört. Schaufel. Ist das die Pickfock gewesen? Ja, ich glaube schon. Die Pickfock. Wie gesagt, wir müssen nochmal ein bisschen aufräumen da ringsherum. Dass wir da besser die Sachen umsetzen können. Dick. Hä? Ja. Was ist das? Das ist Grastorf. Nehm doch einfach mal. So was essen? Ja, klar. Waffe, der Fresssack natürlich. Ist das das hier vielleicht? Der hat gleich leuchtende Augen, wenn er was isst. Jetzt muss ich mal grad schauen. Das ist so geil. Immer wenn er fressen sieht, ne? Fressen. Okay, das ist das hier. Dick. 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 Danny spielt Gary's Mud. Sieht aber keinen. Ne, ich hab's ausgeschaltet, dass man das sieht. Ja. Keine Aufnahme sieht man das ja nicht. Weil ich Gameaufnahme habe. Den kann man das nicht sehen. Was ist denn jetzt das? Survival Big Pack? Ich glaub, was soll ich essen? Äh, essen. Essen. Ich will. Da ist es drunter. Okay. Heu wohl. Ja, der Fresssack. Ich brauch noch drei Sticks, dann kann ich mir das erste Haus bauen. Okay. Eins. Eins. Ich hab' keinen Platz mehr. Okay. Zwei. Drei. Drei ist nix. Und was brauch ich für einen Rucksack? Es ist ja dunkel. Ach, du Scheiße. Oh, ich hatte noch ein Feuer. Ich auch. Oh mein Gott. Ich hab' da gar nicht drauf geachtet, Scheiße. Nee. Ich hab' nur gemerkt, ah, Scheiße, das wird ja dunkel. Okay, das erste Haus kann ich schon bauen. Wahrscheinlich das ja mal hin. Ich platziere das mal da hin. Hab' er da. Hab' er da, hab' er da, hab' er. Ah, okay. Mein Hunger und meine Sanity gehen hoch. Guck, guck. Okay, nice. Ich mach' gleich das zweite. Ich muss mal Futter in den Ofen schmeißen. Ja, ja. Aber guck, wie schnell wir jetzt, oder wie gut wir jetzt vorankommen. Ah, guck, da fängt's an. Ja, das Licht an dem langen Sommer. Wenn das dunkel ist, ne, dann geht das Gehirn von 0,04 runter. Wenn das Tag wird, ist das wieder normal. Okay, wir kriegen auf jeden Fall die Dämmerung jetzt. Ja, ja, ich glaub' er mag keine Dunkelheit irgendwie. Das ist natürlich auch möglich. Wenn du zehn Sticks hast. Und was brauchtest du noch? Und sechsmal, und zehnmal Gras. Den Rest sammel ich. Gras hab' ich auch nicht. Ich hab' grad als Feuerhäuser benutzt. Okay. Das Haus sieht ein bisschen verpixelt aus, aber ist egal. Hier ist ein bisschen was verpixelt. Jetzt. Wahrscheinlich am Mod. Ah, kann auch sein. Was geht? Also, die Landschaft ist bei mir noch normal. Nur dieses Haus jetzt hat so eine komische Pixelgrafik. Noch ein bisschen Holz abhacken. Boah, wieviel Stein hier rumliegt. Kann ich schon mal kurz Stein. So anfangen. Du suchst grad Stein. Ja. 30 Stück. Oh, nice. Feuer brauche ich. Okay, wenn du Stein sammelst, dann kannst du ja eigentlich gleich das große Feuer machen. Dann kümmere ich mich mal um dir. Vernichtung der Hasen. Vernichtung der Hasen. Ohne Schaufel brauche ich, damit ich vor der Tür die ganzen Holzstämme abhauen kann. Mhm. Die brauchen wir ja nicht. Schaufel habe ich eigentlich. Brauche ich ja einen Stick unten. Boah, die ist Evil Bloom, ne? Ja. Ich hab mir die jetzt mal getrost einmal eben. Kostet mir 5 Cent hier, aber die hole ich gleich wieder. Ja, haben wir ja so ein... ...Krittof in der Nähe. Ja, haben wir auch. Ach, die kann man glaube ich sogar verwenden oder zum Braten. Das sind glaube ich eine Art Gewürze oder so. Was? Ah. Wir hatten hier Material drin, dass wir hätten schon was bauen können. Okay. Ich glaube so eine Time Machine. Okay. Aber dann ist es ja gut. Ein Backpack. Autsch. Warum lässt du dich denn schon wieder hauen? Geist. Wie geil. Oh. Wo bist du? Waffi hat keine Angst. Nein. Nein, Waffi hatte ich keine Angst. Okay. Waffi kriegt sogar Gehirn nach hoch. Okay, das ist natürlich nett. Aber ich glaube, wenn das in der Nähe ist, dann nicht mehr. Warte mal. Ich hab mir nicht die Gräber ausgehoben. Oh, geil. Wenn du die, ähm, abschlägst mit der Axt und dann halt so ein Setzling kommt, dann kannst du den rausrufen und kriegst einen Samen. Okay. Noch zusätzlich. Okay. Hey, Lauf. Das ist natürlich geil. Wird sie nicht. Okay.